Warte! 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 Hey! Optimal! Du, Baby, ja, fahrt mal auf. Guck mal, der schiehlt, der schiehlt. Ich muss erst mal hier Licht bekommen. Warte mal, ich sehe es hier alle gleich aus. Blonde Haare, blonde Haare, blonde Haare, blonde Haare. Es sind alle blond. Mach doch eigentlich verdrückt doch. Ich muss nicht richtig Licht haben. Du hast ja keine Ahnung von der Technologie hier. Du bist überhaupt so gut. Mach doch das auch. Ruf mal. Denk ich mir einfach. Nein! Kommt so irgendwann gerade mit der Materie? Nee, weil das noch nicht an ist. Die Batterie ist aus. Warte. Psychiatisch. Aber wer? Ach, du. Ich meine, eigentlich hieß das früher immer Frau. Ja, mittlerweile ist das so. Hör mal, du kennst dich aus, oder was? Entschuldigung, man drückt einfach ab, man. Ich wollte die Batterie noch leer. Ich mach das schon. Ich mach das schon, ja. Ja. Du hast du schon, ja. Ich mach das so.